Hallo zusammen. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Da ist ja schon wieder Freitag. Und was ist freitags? Freitags ist sie nie da, wäre eine Antwort. Meine ich aber nicht. Nee, Freitags ist doch Rätseltag. Da könnt ihr es auch schon wieder sehen. Leichtes Spiel für Roger Rabbit. Ein schönes Frühlingsrätsel ist heute rausgekommen. Von meiner Frau Susi übrigens. Kann ich euch ans Herz legen. Wird ich heute aber hier noch nicht auflösen. Den Spaß möchte ich euch ja nicht verderben. Nein, wir schauen uns stattdessen das Rätsel von letzter Woche an. Kein gutes Ausspiel von Michael Zinnitz. Und das ist schon eine ziemlich harte Nuss. Schwierigkeit 4. Und das, obwohl hier schon was verraten wird. Du hast gegen den Alleinspieler in Mittelhand 3 bestellte Zähne in der Hand. Doch nur eine Spieleröffnung führt zum Sieg. Hey, okay. Alles verstanden. Aber die Karte wird zeigen, dass auch mit komplett bekannten Informationen man hier sich ganz schön die Zähne ausbeißen kann. Und nennt es sonst auch ruhig Skat Story. Es ist eine real gespielte Partie. Natürlich nicht live am Tisch. Ist im Moment schwer möglich. Sondern online gespielt. Michael saß in Mittelhand. Wurde Alleinspieler. Ich war auch am Tisch. Saß in Hinterhand. Und in Vorhand, wenn ich es noch richtig erinnere, kein geringerer als Christian Ernst. Hier seines Zeichens auch Bundesligaspieler, Topspieler und Ideengeber. Also treffen sich drei Skat-Enthusiasten und spielen eine Runde Skat. Dann kommen nicht nur zugeschweißte Spiele raus, sondern natürlich auch Spiele, die so ein paar Angriffspunkte bieten. Aber womöglich eben auch eine gute Verteidigungsstrategie. Also, was haben wir hier vorliegen? Wir in Vorhand haben erstmal nichts. Was passiert? Mittelhand bietet 18, wird Besitzer, tauft Kreuz und wir haben das Ausspiel. So, und wenn wir jetzt mal noch nicht sofort in die Hand von unserem Partner schielen, sondern erstmal nur mit unserer Karte eine Ausspielentscheidung treffen würden, dann wäre ja sicher die Wahl zwischen Herz 7 und Peak 7. Und ich glaube, auch im Original wurde mit Peak 7 das Spiel eröffnet. Und wir können uns einfach mal anschauen, einen von diesen Wegen beschreiten, die eben nicht zum Erfolg führen, obwohl sie sehr knapp sind, um daran mal zu sehen, was denn hier eigentlich die Schwierigkeit ist. Gut, in der Originalpartie ging es, glaube ich, auch mit Peak los. Michael hat auch geschnippelt, hat am Ende des Tages das Spiel trotzdem verloren, weil er später in Herz sich irgendwann verschnippelt hat und da nur mit der 8 draufgegangen ist. Und natürlich hat er auch nicht im zweiten Stich das Peak Ass gezogen. Das ist jetzt natürlich schon wieder so eine Engine-Linie, die genau Bescheid weiß und hier ideal gegen die genau vorliegende Verteilung spielt. Aber wir können das ja jetzt einmal versuchen. Wie weit kommen wir denn auf diesen Weg? Wir nehmen hier mal mit, machen Druck mit der Peak 10. Jetzt können wir hier durchaus listig spielen und dieses Honigtöpfchen nicht mitnehmen, denn letztlich hängen da ja auch noch Trumpfrolle, die es zu angeln gibt. Und wir können uns hier den blanken Herz kürzen und damit also auch Jagd auf das Herz Ass eröffnen. Also ein bisschen besser, den gar nicht überzustechen. Dann aber spielt hier die Engine Messerscharf Trumpf 10. Okay, nehmen wir raus und haben jetzt vielleicht mal als kleines Friedensangebot die Karo 10 im Gepäck. Die müssen wir opfern, damit wir dafür seinerseits wieder das Karo Ass zum Beispiel retten. Und wir brauchen jetzt hier gar nicht mehr mit der Dame mitnehmen, können wir auch. Es langt das auch so rumzuspielen, denn der Alleinspieler ist jetzt sowieso nur noch mit einem Trumpf bestückt und kriegt das Herz Ass eben gar nicht mehr nach Hause. Schlicht und einfach, es ist zu dünn. Wir kommen hier dann doch nur auf 58. Ja, Isha habe gewonnen, sagt uns der komische Vogel und da hat er recht. Und deswegen müssen wir jetzt also einen weiteren Versuch unternehmen. Ja, und auf diesem Weg könnt ihr hier auch mit einer Herzeröffnung ein bisschen rumprobieren. Und das wird genauso wenig zum Erfolg führen. Tatsächlich die einzige Karte, mit der ihr überhaupt im Rennen bleibt, ist die Karo 8. Ja, das ist natürlich mit verdeckten Karten nicht zu lösen, so gesehen oder schwer darauf zu kommen. So gesehen auch eine Verteilung. Da kann man jetzt nicht direkt sagen, hier, ich habe die Riesenlehre für das Spiel am echten Tisch daraus gezogen. Da sind ja sowieso die Informationen nicht vollständig. Da muss man auch andere Verteilungen in Betracht ziehen und anders abwägen. Aber so ein paar von den Motiven, die wir gleich sehen, die könnt ihr vielleicht auch für das Spiel am echten Tisch gebrauchen. So, also erstmal wird gestochen, dann kommt Trumpf. Die Dame ist noch logisch. Und jetzt ist ja schon die erste Frage. Rausnehmen oder unterbleiben? Antwort, wer sich jetzt hier schon grämt, beide Wege führen noch zum Ziel. Allerdings danach muss es dann sehr präzise weitergehen. Ich sage mal so, wir können ja mal hier den einen Weg beschreiten. Also Trumpf 9 ist auch möglich. Probiert mal, wie ihr so zum Erfolg kommt. Wir gehen jetzt aber mal den anderen Weg und nehmen das Ding mit dem Buben mit. Dann allerdings sind wir jetzt schon verpflichtet, wirklich Trumpf zu treffen. Um, ja, wie soll ich sagen, um letztlich in einem günstigen Stellungsendspiel zu landen. Und am Ende sind es hier die zwei Augen eines roten Buben, die uns sonst auf die Füße fallen, die uns sonst irgendwann hinten rausfehlen. So ist er klar, müssen wir den mitnehmen. Und jetzt geht es weiter. Trumpf jetzt nochmal zu spielen ist Quatsch. Da geben wir den Stich auf. Karo macht es dem Spieler auch ganz leicht. Dann kann er die Karo 10 stechen, seine beiden Asse ziehen, lacht sich einen weg. Also früher oder später im Spiel stehen wir sowieso vor der Entscheidung, Herz oder Pik zu öffnen. Und beides sieht jetzt ja nicht richtig cool aus, weil der Alleinspieler jeweils mit Asskönig dann schnippeln kann. Aber das können wir eben sowieso nicht vermeiden. Irgendwann muss so ein Stich kommen. Deswegen geht es jetzt nur darum, noch abzuwägen, welches Elend ist denn etwas weniger schlimm für uns. Und da wird am Ende es sich zeigen, wer es mit Herz versucht, fällt auf die Nase. Das Stellungsspiel ist wieder für den Alleinspieler. Der kann hinten raus entweder auf unsere Herz 10 Jagd machen oder das anders regulieren über Trumpf. Deswegen schlauer, besser für uns eigentlich die einzige Möglichkeit ist, im Pik also dieses Elend zuzulassen, ihn also im Pik schneiden zu lassen. So, jetzt kommt hier Unterzug in Herz. Okay, den dürfen wir natürlich nur mit der Dame mitnehmen, um noch die 10 gegen den König zu halten. Und jetzt, Karo verbietet sich wieder, Herz verbietet sich auch. Wir spielen den Alleinspieler in sein inzwischen blank gestelltes Pik Ass ein. Er kriegt die drei Augen aus Hinterhand, kriegt er sowieso. So, jetzt zieht er Trumpf, alles klar. Wir können natürlich jetzt die Herz 10 uns nicht blank stellen. Die brauchen wir noch, müssen also hier sogar noch was dazugeben. Haben wir inzwischen allerdings, glaube ich, schon Auswahl. Aber nehmen wir hier mal die Karo 10, geben wir ihm noch einen vollen. Jetzt kommt das Herz Ass. Auch das lassen wir jetzt nochmal laufen. Da beißen wir jetzt noch nicht drauf an. Wir haben schließlich jetzt so lange uns zurückgehalten und so viel rumgechinscht. Da werden wir jetzt nicht im neunten Stich, nee, im achten Stich gierig werden, das Herz Ass stechen und damit schon wieder die Kontrolle aufgeben über unser Karo Ass, über die Pik 10. Sondern jetzt gibt es noch einmal 14 Augen für den Alleinspieler. Und jetzt machen wir aber richtig fette Beute hinten raus. Einmal 25. Und jetzt holen wir uns hier noch die Trumpf 10 mit dem Buben und stehen tatsächlich noch auf 61. Ja, und ich höre es schon rufen, Mensch, wenn man es kennt, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Das war doch ganz einfach. Mensch, wieso ist denn das beim selber ausprobieren so schwer gefallen? Ja, that's the way. Aha, aha. I like it. Aha, aha. Was gibt es Schöneres, als so ein anspruchsvolleres Puzzle zu knacken? Mundwinkel nach oben. Das hast du dir verdient. Das haben wir uns verdient. Und ich sage euch, macht euch keine Gedanken, wenn ihr es nicht beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gelöst habt. Das hat fast keiner. Das ist so eins von diesen Dingern, wo du einfach merkst, wow, das Spiel ist manchmal größer als ich selber. Da muss ich einfach viel ausprobieren. Nichtsdestotrotz so ein paar von diesen Motiven. Mal einen Trumpfrückschub, um eine Gabelstellung in Trumpf aufzulösen. Mal einen vollen im achten Stich nicht stechen, sondern laufen lassen, um dann hinterher mehr einzusammeln. Denn das sind so ein paar von diesen Motiven, die die Profis durchaus auch am Tisch mal drauf haben und mit denen sich dann auch mal so ein starkes Spiel mal ganz knapp schlagen lässt. Und das macht dann natürlich richtig Spaß. Also, haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß am Rätsel. Vielleicht jetzt auch an dem Video. Wie gesagt, probiert auch die anderen Rätsel drumherum. Vielleicht fürs Wochenende nochmal eine von den leichteren Partien, die ihr noch auf dem Zettel habt. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bleibt mir noch zu sagen, ja, wunderschönes Wochenende. Immer viel Spaß beim Skat und vor allen Dingen natürlich auch immer ein Gutblatt.